Yo Leute, herzlich willkommen zurück Project Gotham Racing Next Revenge gegen New York Gewinnen sie überall Gold, um einen neuen Wagen freizugeben Genau deswegen Gold Wir kriegen Autos Schön zu wissen Dass sich der Scheiß gelohnt Das ist ein bisschen Wow 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 So Wow Aber die Kurve ist echt scheiße Die ist echt beschissen Die ist echt beschissen Ja, ich musste mal gucken, wo der Typ ist Weil vor dem habe ich Angst Also kriegen wir jetzt nur neue Autos, wenn wir Gold schaffen Oder wenn wir diese Kudos da freischalten Oh, verdammt Jetzt habe ich es aber echt geschafft Jetzt habe ich es aber echt geschafft, die Kacke zu fahren Ich bin auch schon Oh, ich bin auch schon Ich bin auch schon Ich bin auch schon So, ersten Platz erstmal nochmal wieder eingeholt, ey, meine Güte. Wenn, dann mit Gewalt. Aber funktioniert ab und zu mal. Ja, Mist. Da wollte ich zu sehr driften, war eine behinderte Idee. Ach ja. Nein, verdammt. Natürlich. Wobei, es ist ein anderer Wagen. Wo ist denn der Beetle? What? Wow. Mich klatscht jetzt ein scheiß Cooper, weil der Penner durch die Lücke gefahren ist. Ist das dein Ernst? Und, äh, ja, anscheinend ist es dein Ernst. Wow. Ziel, 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 ziel. Ach, Glück gehabt, ey. Boah, Mann. nur glück gehabt rennen geschafft ich dachte schon nein der ging einfach durch ein bildchen wagen auswählen ein neuer wagen steht zur verfügung geil so schwer san francisco und wir haben den camaro der zeigt mir gleich also beschleunung ist cool höchstgeschwindigkeit auch aber ich nehme sowas von den tt cube sowas von so sorry was vier runden ach du kacke die musik gefällt mir doch schon wieder oh boah Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was fährt der denn für einen Wagen? Camaro oder was? Oder verkacken wir die Strecke halt so hart gerade, dass der so immens weit entfernt ist? Es wäre natürlich heftig so, ne? Weil, seht euch den Abstand an, der ist immens Boah, ne, hier kannst du nicht bremsen Hier ist Bremsen nicht möglich, Alter Boah, das ist, äh... Das ist schon bitter Ne, keine Ahnung, was der Typ hat, ey Ah, verdammt Ja gut, das war, das war, das war der eben nicht Ja gut, ich meine, zweite Position ist auch gut Aber wir wollen halt, ähm... Platz 1 Gold Weil wir ja jetzt hundertprozentig wissen Dass wir was freischalten Wenn wir Gold haben Aber hier kannst du echt gut Kudos sammeln Muss man mal sagen Wenn man weiß, wie, äh... Wie man fährt, ne? Dass ich, äh... Wichtig, äh... Fahren zu können Boah, dann will ich gar nicht wissen Wie die San Francisco auf Strecke aussieht Auch sehr schwer Ja, weil den zweiten Platz haben wir ja erfolgreich, äh... Geschafft, so, ne? Gehalten Ähm... Ja, sorry, kurz Discord checken Also, wir haben auch ein Camero Der ist oben Wow, 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 wow Boah, alter Den Analogstick hab ich sowas von durchgedrückt gehabt Und es hat sich nichts bewegt Ja, der hat mich leider am Heck erwischt Sonst, äh... Wär's besser für uns gelaufen Hier, wieder am Heck Aber es ist wieder der eine Der, ähm... Ganz weit vorne ist Wenn da ein paar Dr. Wobei Ja, der ist Auch nicht Wie geht Ja, der ist Woh, geht Wie geht Wie geht Wie geht Wie geht Wie geht entities Wie ... Wie ... Woh Wie geht Wie geht Boah, die Musik ist geil. Also ich fühle mich gleich wieder zig Jahre jünger. Ohne Witz, ey. Boah. Also ich fühle mich so in meiner Kindheit gerade wieder, ey. Boah. Weil so welche Musik einfach am besten die passt einfach zu Rennspielen, so eine Musik. So eine Musik passt einfach am allerbesten. Deswegen feiere ich auch den Soundtrack von Underground. Eins zum Beispiel extrem. Weil halt auch solche Lieder dabei sind. Ich meine so Techno und Dance sind auch nicht schlecht. Hängt immer vom Spiel ab und halt von der Musik, ne. Wow, 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 wow. Ah, ne. Ja, der Chimera ist cool, aber ich kann nur noch Kudos gerade sammeln, äh, weil nix, äh, weil alles andere wird nix, wird nicht sein. Ja, ich wollte, äh, den Drifter safen. Weil Kudos sind, äh, sehr, sehr wichtig. Denk ich mal so. Vielleicht kannst du was freischalten, anscheinend. So ein bisschen. 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 Das war's. Das war's. Ja gut, wenn ich hier nicht weiterkomme, dann muss ich erstmal das nächste Rennen machen, weil... Ja, was willst du machen, wenn du das Rennen nicht schaffst, ne? Boah, das wär so Bombe, wär ich da so reingeschleddert in die Kurve. Boah, das hätte Punkte gegeben, ey. Das hätte richtig Punkte gegeben. So, schade, es ist jetzt vorbei. 700 Kudos aber. Das ist immens. Aber ich weiß nicht, ob das hilft. Denkt man vielleicht nicht so. Sie haben versagt. Ich weiß. Aber 754 Kudos. Hm, können wir die Kurve nicht für irgendwas benutzen? Spiele, Demos. Achso. Ach, fahre ich in den Bräumen halt. Ein paar Männische. Aha. Ja gut, das wollte ich jetzt eher weniger. Scheiße. Ah, okay, alles klar. Achso, hier ist nochmal das gleiche. Was ist denn der Unterschied dazu? Wahrscheinlich, achso, wir müssen... Die Sache ist geschlossen. Ah, okay, alles klar. Wahrscheinlich müssen wir hier... Ah, verstehe. Wir müssen Kudos sammeln. Interessant. Ist aber auch nicht schlecht. Aber. Achso. Ah, okay. Vielen Dank. Das war nicht schlechter Modus. Aber ich glaube ich bin der falsche Typ einfach. Weil wir haben noch nicht mal Silber geshoppt. Das sind natürlich Mäh. Aber finde ich nicht schlecht, der Modus, sage ich ganz ehrlich. Aber ich denke mal dieser andere Dings da ist wahrscheinlich so der Hauptpunkt. Das ist der Hauptpunkt. Okay. 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 Ah, Mist. Ah, Mist. Mist. Ah, verdammt, ey. Ach, ja. Immerhin 300 geschafft. Aber so ganz, äh, berauschend gut war es nicht. Ah, Mist. 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 Ah, das war's auch schon. Ah, knapp an Silber vorbei. Und dann noch Tokio. Ne, äh, es New York ist jetzt wieder. Das ist auch nicht schlecht, ja. Boah, ne, ne, warum haben wir das gewesen? Das ist auch nicht schlecht, ja. Das ist auch nicht schlecht, ja. Ja, an der Stelle war der jetzt sehr stark am Lacken gewesen. Hier ist jeder Chilliger. Ja. 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 Ok aber wir sind nicht ganz so gut, Arcade Reinen abgeschlossen, ein neuer Wagen steht zur Verfügung. Oha RX8 meine Freunde und jetzt coole Werte Oh Filmed Ah Mist Ah verdammt 50 waren jetzt nicht mehr drin, ist natürlich scheiße Wow Ah Mist 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 ja verdammt naja ich glaube für die 700 reicht es nicht das ist natürlich schade ein paar fehler haben wir halt gemacht ja und weil wir jetzt halt sowas noch passieren kurz vorm Ende ja ja Sekunde Leute äääh ja 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 versuchen wir es nochmal ja 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 Okay, vorbei, GG. Alter, da haben wir jetzt richtig... Ja, Gott. Renne neu starten, weil da haben wir jetzt so hart verkackt. Boah. Das war schon gerade, äh, das war schon hart. Das war schon, äh, Richtung... Wow. Sag doch gleich, du hast keinen Bock mehr auf die Scheiße. Oh, verdammt. Okay. Ah, verdammt. Okay. Ah, das ist ein Eckart. Ah, das war schon. Oh, das ist ein Eckart. Also, ich bin auf das Schmutter. Das war schon mal. Oh, das ist ein Eckart. Okay. Ah, das war schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, verdammt, verdammt, ja, ja, alles klar. Ah, das tut weh. Das tut weh. Na, verdammt, nein, da war... Mist, erste Runde hab ich echt Bomben, Bombe gegeben. Und hier, na gut, aber es reicht für Bronze. Für Bronze reicht es. Und hier, na gut. Okay. Leute, wisst ihr was? Ich will eine Sache ausprobieren, und zwar Blitzrennen. Schwer San Francisco mit dem RX-8. Ich will es einfach probieren. Ich will es einfach nur probieren, ob wir es schaffen, den Gold damit zu holen. Nein! Oh, boah, scheiße. Schwerst dich, Schwerst dich, Schwerst dich, Schwerst dich. Das war's für heute. Aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch Kudos eigentlich sammeln müssen oder ob die jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig sind, sondern jetzt zählt es mehr, um Autos freizuschalten, wenn wir Gold gewinnen. Das wäre halt interessant mehr zu wissen. Ne gut, schaffen wir nicht. Leute, das war's. Project Crossland Racing. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffen wir mal oder gucken wir einfach, dass wir im nächsten Part dann noch das andere Ding anprobieren. Wo wir Einführungen und so weiter haben. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas. Man weiß es nicht. Alles klar. Das war's von mir. Haut rein. Und ciao.